So. So. Genau. Und so. Erstmal die Bären. Abschießen. Eben, das habe ich ja. Gut, kann man? Warte mal kurz, ich stelle mich mal hier wieder in meinen Gang rein. Wie langs geht. Habt ihr alle Punkte für euch eingenommen? Ja. Noch nicht. Ach warte, Markus. Ab verstärken. Ach ja. Da war ja was. Da. Hm, das macht schönen Schaden. Ja. Yummy. Was auch nötig ist, weil bis die nämlich da ankommen, sind die alle nicht auf Plus. Wasser? Also ich soll jetzt hier Kleinkram wieder nehmen, oder wie? Also ich geh hier, also ich komm hier hin. Ich mein, du hast am meisten Leben, du kannst dir am ehesten tanken. Naja. Ja, dann machen wir das so. Dann geh ich auch mal zum Kolben. Du bist schon bei mir. Hm. Lass mich umdringen. Natürlich mit voller Absicht, oder? Oh ja. Ich auch. Anscheinend. Und wir haben schon einfach Plus hier rumlaufen. Oh. Wir haben auch immer noch alle 5 Mutierer auf unserer Seite. Tiger Plus hab ich ja auch einen. Wir haben alles auf Plus. Egal. Ich geh jetzt von hinten auf die Mutierer. Die ist direkt sicher. Die Mutierer kannst du nur vorne unten setzen. Hier vorne hat er eine Schlacht. Hat sich nicht Lustes. Ich kann dich auch von dieser. Ja, ich auch. Aber vorne kommt der Schlacht und der macht dann meistens irgendwie irgendwie einen extra Schaden. So, haben wir Probleme? Nein, haben wir nicht. Die sterben alle. Ja, ist los. Ich hab Krieger Plus Plus. Ja. Plus. Ich hab Krieger Plus Plus von euch hier. LOL. Doch, Krieger Plus Plus. Nehmen wir denselben. Ich hoffe es. Ich bin jetzt hier dran. Deck für Deck. Oh. Da hinten ist auch noch eine. Nein, das ist noch nicht mehr. Aber ich krieg ihn gut aufgehalten. Krieger Plus Plus. Das ist so ein Board, das wunderbar leicht mit mir holt. Ach, jetzt haben wir mich irgendwie an C Plus Plus. Ja. Zue C Plus Plus. Ja, Zeit limit. Wir haben Rhinos und die kleinen Viecher und alles in die Arm. Alles in die Arm. Kann ich die Arm von hier aus erreichen? Ja, kann ich. So, jetzt haben wir alle Plätze, glaub ich, verbaut. Lässt du dir dahin platzieren, wo wir da wollen? Ich vielleicht behalte sie jetzt. Ich hab alles in die Arm gepackt und ich geh hier dahin, wo ich vorher auch schon stand. Stimmt, alles in Arm. 20 Sekunden, Leute. Hm. Simon da auch noch? Ja, 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 ja. Ah, fast 100. Nicht ganz. Gut. Dann geh ich zur... Simon, bleib bei Simon vorher erst. Okay. Meine haben einen längeren Weg. Das waren die kleinen Viecher, die auf der Plus 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 Version auch mies sind, aber... Aber die kleinen Läufer sind halt sehr schnell tot, also... Aber das war den đó. Sie haben mich in die Ecke gebracht. Und dann läuft auch los. Ja, komm, gehen wir auf den Nerv. Die kleinen Läufer sind aber immer noch hegelig. Immer noch von Schaden und gar nichts. Weil es an mir geht, sollten nur kleine Läufer upgraden. Deshalb habe ich das selbe Gefühl, dass die Motierer auch in dem Kern unglaublich viel Schaden machen. Wir haben keine Motierer. Ja, dafür aber sechs Heiler. Die Heiler sind das geringste Problem. Bitte mal alles so ein bisschen auffüllen, was man stehen kann. Markus, du kannst doch noch stehen, oder? Ja. Ja. Dann fülle ich dich jetzt auf. Okay, danke. Alles auffüllen, was noch steht. Oh je. Halt, da oben kann man aus. Und 400 Punkte in die Arm rein. Nein. Wie viel Prozent habt ihr schon? 106,8. Läuft. Du weißt, alles was da unten langläuft, kriegt Verlangsamung plus Schaden. Und zwar das 106-prozentige... Also eigentlich etwa das Doppelte von dem, was sie sonst kriegen würden, wenn die da durchlaufen. Boah. Nice. Die laufen ja grundsätzlich länger durch. Vielleicht noch mehr. Am geilsten wär's ja, wenn das Wasser die Gegner auch gestillt verlangsamen würde. Dann wär das da unten der optimale Spot. Alter. Ähm. 122,8. Das ist 1,2-facher Schaden. Ähm. Wer geht auf was? Ich... Nein, du gehst nicht zu den Heilern, du gehst Schaden tanken. Ja, Meister. Gut, dann machen wir zwei Heiler und Kriegsleifer. Ja. Die Heiler sind eigentlich... Die Kriegsleifer sind ja schön langweilig. Weil du nämlich am meisten Leben bist. Jaja, ist ja gut. Und weil du aufnimmst. Wir stehen nur in deinem Bild. Genau. Umso. Kommen die Heiler mal raus? Na, die stehen los. Hat er auch. Wie Reco. Ha! Einer ist Stuck. Ne, doch. Doch einer ist Stuck. Ja, lass den mal anleben. Kommt ja schon tot. Wie, nochmal Reco. Wie Flicks hängen heute relativ viel beim Sternen. Scherzen um zu klappen. Okay, ne, der eine ist Stuck geflebt. Ich wurde gerade von ganz vielen, ähm, Schwuckern auf einmal umzingelt. Oh, ja, ich auch. Ich bin vorher nie gestorben und jetzt auf einmal. Oh, jetzt kommen sie in den Damagebereich. Ach, das ist alles los. Wie gesagt, alles Kriegermaterial. Alter. Zwei Schüsse. Da schwebt noch ein Heiler. Da schwebt noch ein Heiler. Ja, dann mach ihn kaputt, meine Güte. Ja, der ist schon tot. Warum kriegst du das denn? Fast, jetzt ist er tot. Da schwebt noch ein Heiler. Er ist tot. Seine Aussagen sind drin und da. Einmal? Platz! Ich schaue ihm um dann mehr Zeit damit hier zurückzulaufen, als wirklich zu campen. Schon wie. Ja, da. Ich halte gerade eine einzige Materialchen auf. Das schließt wieder ganz langsam. Oh, guckt mal da oben. Da laufen Materialchen. Ja. Ja. Den einen halte ich ja gerade auf. Der zählt mir. Ja, und dahinten... Eigentlich, ganz ehrlich, er bringt umgab nicht so schade. Eigentlich machst du den Kill. Yes! Weil du ein kleines, asoziales Arschloch bist. Ey. Und wie oft bin ich gestorben? Sehr oft. Ach, so schlecht war ich doch diesmal gar nicht. Öh. Läuft. Reicht aber, oder? So wie immer eigentlich. Charlotte, OP haben darin so ein bisschen ausgegeben. Reicht aber dann von der Aufnahmezeit her, oder? Charlotte war ja auch toll genug. Theoretisch. Oh jo. Haben wir ja viel geschafft, oder? Eben. Ja, sind das jetzt vier, fünf Folgen, oder? Ne, vier. Ja. Gut, dann... Dann... Ach, war am nächsten Mal weiter mit, für erste Dinge... Spielsitzung. Der Zertrümmerer. Uuuuhh. 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 Anzi. Uuuuhh. So, tschüss. Tschüss. Auf bald.